Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Green Hero. In diesem Video soll es ein bisschen darum gehen, was ihr euren Hunden zu Weihnachten schenken könnt, weil wenn ihr alle da unter dem Weihnachtsbaum sitzt und Geschenke auspackt, dann freuen sich die Hunde garantiert, auch wenn sie was haben. Dobby und Leo kriegen dieses Jahr von mir jetzt schon einen Adventskalender. Das heißt, wir können jeden Tag ein kleines Türchen aufmachen, wo ein paar Leckerlis drin sind. Das ist was Schönes, was die Hunde halt über die ganze Weihnachtszeit haben und mit den Leckerlis kann man dann abends sich immer mal 5 Minuten Zeit nehmen und vielleicht ein paar Tricks üben oder solche Sachen. Und dann kriegen sie am Weihnachtstag natürlich auch noch Geschenke. Das ist ja fast wie ein Kind so ein Hund. Also für mich zumindest sind das total die Familienmitglieder einfach. Deswegen müssen sie auch ein kleines Geschenk kriegen. Und meistens schenken wir da dann solche Sachen wie Kau-Stangen, Kau-Artikel allgemein. In seinem ersten Jahr bei uns hat Dobby ein neues Halsband bekommen. Das Jahr darauf hat Dobby ein neues Geschirr zu Weihnachten gekriegt. Dieses Jahr kriegen die beiden so ein kleines Tütchen mit verschiedenen Kau-Stangen drin, die halt auch in Weihnachtsfarben sind, total niedrig. Das gibt ganz viele Sachen, die extra für Weihnachten als Geschenk für die Hunde eben hergestellt werden. Da könnt ihr einfach mal bei eurer Zoohandlung oder so einfach mal gucken, was die da so haben. Die haben da meistens was aufgebaut. Dann gibt es die Möglichkeit, ihr könnt eurem Hund ein neues Hundebett zu Weihnachten schenken eventuell. Also auf jeden Fall am besten irgendwas, wovon der Hund wirklich was hat. Oder auch neues Spielzeug. Das machen wir bei Dobby nicht, weil der alles zerstört. Aber das sind so die Möglichkeiten, wo der Hund dann auch wirklich Spaß dran hat. Und wenn es was Sinnvolles ist, umso besser. Und manchmal muss es auch gar kein wirklich gekauftes Geschenk sein. Dobby zum Beispiel hat sich an seinem ersten Weihnachten total darüber gefreut, dass er unsere Geschenke so ein bisschen mit auspacken durfte. Und das Geschenkpapier dann zerreißen konnte. Oder die Kartons, wo die Sachen eingepackt sind. Und da haben Hunde auch unglaublich viel Spaß dran, wenn die einfach diese Geschenkverpackung oder den Karton eben bekommen und den dann zerstören können. Und dann sind sie auf jeden Fall auch gut müde und schlafen dann, wenn ihr esst. Das müsst ihr auch immer bedenken, dass die Hunde auch gut ausgelastet werden. Viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ich denke, ihr habt schon ganz, ganz viele Einfälle. Vielleicht auch irgendwie ein Produkt von uns hier jetzt, von Green Hero. Ein paar Nahrungsergänzungsmittel oder Fellpflege oder sowas. Das ist alles auf jeden Fall super, super sinnvoll. Und Weihnachten ist ein guter Anlass, sowas dann mal zu schenken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr lasst mir noch ein Like da und abonniert den Kanal schon mal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.